Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Challenge. Heute ist Tag 3, also dritte Foto-Challenge. Mal gucken, was es heute so gibt. So, heute ist es Kreativität. 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 Ja, dazu überlege ich mir was. Let's go. Wer jetzt selber die Chance haben möchte, die 30-Tage-Foto-Challenge mitzumachen mit seinen eigenen Ideen, pausiert jetzt das Video und geht raus, fotografiert die Challenge. Weil ab jetzt ist zu sehen, was meine Idee ist und wie ich es umsetze. Wer davon sich nicht beeinflussen lassen will, stoppt es jetzt, macht es selber, fotografiert es und wenn man das mit mir teilen möchte, benutzt gerne den Hashtag oder markiert mich in den Stories. Und dann jetzt viel Spaß mit dem Video oder beim selber ausprobieren. Da ich diese Foto-Challenge neben meinem normalen Tagesablauf her laufen lasse, kann es auch sein, dass es Tage gibt wie dieser, wo ich nicht so viel Zeit hatte und einfach nebenbei was machen musste. Wie zum Beispiel an dem Tag, als ich für die Werkschau viel gemacht habe in der FH, habe ich noch irgendwie diese Foto-Challenge unterbringen müssen. Da war nicht viel Platz und deswegen ist es ein bisschen kürzer ausgefallen. Ich habe quasi probiert, weil ich den ganzen Tag nur auf der Werkschau war, dort irgendwas umzusetzen und habe versucht, dort ein, zwei kreative Bilder zu machen. Abschließend kann ich ja nicht zehn Fotos einreichen, sondern es ist ja die Challenge sehr darauf ausgelegt, dass man pro Tag ein Foto macht und sich dann für eins entscheidet. Also ich kann ja mehrere Sachen ausprobieren, aber am Ende muss ich mich für ein Foto entscheiden und welches dieses eine Foto ist, ist folgendes. Bis zum nächsten Mal.